Boah, krass, was ein Mann dieser Rambo ist, ich will auch so werden wie er, so breit, Alter, keiner kann mir was machen, so durch Wäldern, so abseilen lassen. Hanna, das riecht wieder nach Ausbildung. Von wo kommst du, hä? Ich war schon hier. Hä, wie? Ich war schon hier, bevor du hier warst. Gib mal 50 Euro, ich schick dich zu Kambo nach Vietnam. Was für Kambo, ich will Rambo werden, was für Kambo. Er ist Rambos Cousin, er macht dich zu Rambo. Schwör? Ich schwör, gib mal 50 Euro, schnell. Direkt 50 Euro, wer ist genau wie er, ja? Ja, ja, gib, gib. Hier, das ist deine Adresse, dein Ticket ist schon gekauft, Alter, ciao. Boah, ich schwör Kambo, ich schwör Trambo, so breit, so pfff, pfff, pfff. Was geht hier ab, Alter? Hey, hallo! Hört mich jemand? Okay, schieß dich, ich vergebe mich, bitte, bitte! Was kommt denn da nicht hier an? Was war das? Wo? Was ist das? Nein, nein, ich hab nichts gemacht, bitte! Ich bin unschuldig, ich schwörst, ich hab nichts gemacht, bitte lass mich gehen. Was tust du in meinem Revier? Hey! Was tust du in meinem Revier? Oh, ich war ohnmächtig, das erste Mal in meinem Leben, Alter. Was du in meinem Revier tust? Bist du Kambo? Ja, woher kennst du meinen Namen? Ich bin von Cäsar, ich will auch ausgebildet werden. Bitte, bitte bilde mich aus, ich will auch wie du oder wie Rambo werden, bitte. Okay, komm mit. Vorhin dachte ich wirklich, dass ich sterbe. Tja, ist ja auch klar, du bist hier mitten im Krieg, mit deiner roten Käppi hier, da bist du gleich eine Zielscheibe, Alter, du knibbelst abgeknallt. Echt? Na ja, logisch, Alter, das ist nichts, was hier los ist. Aber jetzt mal im Ernst, du willst Krieger werden, oder was? Ja, ich will's auch! Ja, okay, entspann dich mal. Sieht schon aus wie so ein Styler hier, müssen wir dich erstmal ein bisschen umkleiden, ne? Okay, so. Okay, dann ab mal, Schluss. Okay, Tyler, pass auf. Dein Vorgänger ist leider auf eine Mine getreten. Echt? Ja, also kriegst du seine Klamotten. Ist er gestorben? Ja, leider. Na ja, ihnen gibt's jetzt halt ein paar Teile mehr, ne? Ja. Entschuldigung. Ja. 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 Musik Tala, irgendwas fehlt da noch. Musik 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 covert Musik Musik Was willst du machen? Hier sind überall Käfer. Was werden wir mit Speisen? Die müssen nachher noch essen. Runter mit dir. Ich werde niemals einen Käfer essen. Kopf runter. Kopf runter. Stell dir vor Beschuss und weiter kriechen. Die Beine runter, sonst gibt es einen Treffer im Fuß. Kopf runter. Sonst gibt es einen Treffer im Kopf. Und kriechen. Los, weiter. Los. Kannst du noch ein bisschen Schussgeräusche machen, damit ich das fühle? Nein. Ich kann dir in den Arsch treten, wenn du willst. Nein. Okay, komm hoch. Kommen wir zum letzten Element, okay? Bewegen wie ein Ninja, okay? Okay. Lautlos und sichtlos. Kannst du es mir kurz vormachen? Nein. Los. Ey, ich kann nicht mehr, Kambo, bitte. Kann ich nicht wenigstens die Tasche abnehmen? Nein. Nein. Okay, Training hast du gut überstanden. Jetzt suchen wir uns erstmal was zu essen, ne? Was essen wir denn? Wenn du Glück hast, können wir was schießen, was hier rumläuft. Aber vermutlich wird es ein paar Käfer oder Würmer werden, ne? Iiiiih, Alter. In der Natur gibt es keine Ausreden, ne? Du musst ja überleben. Also, komm. Ich bin immer noch kaputt vom Training. Ja, ist ja auch logisch. So, hier. Jetzt kriegst du hier ein wunderschönes Fernglas und hast jetzt eine Mission. Und die Beere? Essen suchen. Was für Essen? So wild und sowas. Da hinten auf dem Feld. Achso, okay. Warte. Bis jetzt sehe ich noch nichts. Alter! Darf ich auch einen Döner essen? Was denn für ein Döner? Ja, der Typ da hinten ist ein Döner. Was für ein Typ und was für ein Döner, Junge? Ich schwör's dir, Alter. Guck mal hin. Oh, guck mal hier. Ist alles voll. Iiiih, wie kannst du sowas essen, Mann? Leben in der Lage. In der Natur. Wenn du überleben willst, dann musst du das essen, was da ist. Ey, boah, hier. Guck mal. Hier ist ein richtiges Schwetzer. Iiiih, du bist ja widerlich. Hä? Soll ich den fetten? Okay. Kommen wir zum Schießtraining. Jetzt wird's richtig interessant. Oha, hattest du die ganze Zeit eine Pistole dabei? Ja. Okay, wir haben jetzt vier Ziele aufgebaut. Ja. Und die versuchen jetzt zu treffen, okay? Okay, geil. Darf ich sie danach auch trinken? Wenn du sie nicht triffst, dann kannst du sie noch trinken. Okay, perfekt. Okay. Okay, bist du bereit? Ja. Okay. Okay. Okay, halt mir mal die Augen vor. Ey. 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 Was ist los? Komm mal hoch jetzt. Komm. Alles gut? Alles gut. Alles gut so. Es ist alles gut so. Okay. Okay. Okay, Tara, jetzt bist du an der Reihe. Okay. Ich hol dir kurz was. Ja. Du bleibst hier. Okay. Okay? Bist du entspannt? Ich bin entspannt. Okay, sehr gut. Ich bin entspannt, Sir. Ich bin entspannt. Ich bin entspannt. Ey, entspann dich. Hier. Hier für dich. Alter, von wo hast du diese Knarre? Die war die ganze Zeit in deinem Rucksack. Ach, deswegen war sie so schwer? Ja. Und wie geh ich damit um? Ja, warte. Das zeigen wir dir jetzt. Und dann schießt du auf die Ziele. Okay. Und triffst die hoffentlich. Ja. Kannst du auch dahinter stehen? Okay. Also. Du nimmst die Waffe. Ja. Hier ist die Sicherung. Einmal durchladen. Okay. Sicherung lösen. Ja. Anvisieren. Ansetzen. Ja. Anvisieren. Hier oben hast du Kimme und Korn. Alles klar? Ja. Okay. Hier hast du Kimme und da hast du Korn. Okay. Die müssen übereinstürmen. Ja. Wenn die in einer Flucht sind, dann triffst du auch. Okay. Waffe entsichern. Ja. Schießen. Zeig mal. Okay. Hast du gesehen? Ich hab's gesehen. Hast du verstanden? Ich hab's verstanden. Lass uns loslegen. Also. Dein Teil. Was geht ab? Alter. Alter. Es gerät aus der Kontrolle, Sir. Die Waffe ist kaputt. Der Griff von der Waffe ist kaputt. Da steht noch eine Flasche. Wir können's trinken. Sir. Wir können's trinken. Sir. Wie war ich eigentlich? Sir. Wie war ich? Da steht nur noch eine Flasche. Sir. 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 Ich hab ihn siebenmal getroffen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 19, 20, 20, 20, 20, 21, 22, 22, 22, 21, 22, 21, 22, 23, 22, 22, 23. Ja, jetzt sind wir auf uns allein gestellt. Bis zum nächsten Mal.